Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie man eigentlich bei der Ofenrohr-Reinigungsklappe diese Dichtung hier wechseln und somit natürlich auch erneuern kann. Wenn du Bock da hast, dann bleib auf jeden Fall dran. In einem anderen Video habe ich schon mal mein Ofenrohr sauber gemacht und jetzt muss auf jeden Fall hier noch eine neue Dichtung rein. Und hierfür habe ich mir auch schon mal Handschuhe angezogen, alte Klamotten, mein Ofen ist natürlich auch aus und wir müssen zuerst einmal diese Klappe öffnen. In meinem Fall habe ich hier vorhin eine Flügelmutter, die kann ich mal mit einer Zange schon etwas gegen den Uhrzeigersinn lösen und dann ganz einfach abschrauben. Beim Herausnehmen sollten wir auf jeden Fall vorsichtig sein, da natürlich auch noch etwas Ruß mitkommen kann. Also da kann man auch gerne mit einem Asche- bzw. Industriesauger drunter halten. Doch wenn man es so nach hinten kippt, sollte es normalerweise auch von alleine funktionieren. Bei mir ist am Ofenrohr noch etwas alter Ruß bzw. auch etwas von der alten Dichtung. Deswegen schaue ich mir mal ein Küchenpapier zur Hand und schaue, dass ich das Ganze hier noch wenigstens etwas säubern kann. Nun sollten wir unsere alte Dichtung erst einmal grob per Hand bzw. natürlich mit den Handschuhen entfernen und dann am besten mal noch draußen über einem Mülleimer z.B. mit einem alten Besen das Ganze säubern oder wie in meinem Fall mit einem Industriesauger. Je nach Reinigungsklappe könnte ich jetzt auch schon meine Dichtung hier einfach drauflegen, aber in meinem Fall stört diese Halterung hier natürlich, weswegen ich diese erste Mal irgendwie entfernen muss. Deswegen halte ich mit der einen Hand von der einen Seite die Halterung fest und schaue mal, dass ich von der anderen Seite wieder mit meiner Zange hier diese Flügelmutter noch etwas weiter lösen kann, dass ich die Flügelmutter auch wirklich ganz herunternehmen kann und danach lässt sich nämlich auch schon meine Halterung abnehmen. Im nächsten Schritt können wir unsere Dichtung erst einmal ganz einfach auf die Reinigungsklappe draufgeben, schauen, dass das Ganze relativ mittig sitzt. Also da kontrolliere ich einfach, dass mein Rand von der Dichtung überall ungefähr gleich weit entfernt ist. Bei mir schaut das auf jeden Fall gut aus. Und nun muss ich bei mir mal noch dieses Loch hier irgendwie nachträglich reinmachen. Das geht relativ einfach mit meinem Schraubendreher und da kann ich jetzt nämlich wieder meine Halterung dementsprechend durchgeben. Danach von der anderen Seite die Flügelmutter im Uhrzeigersinn schon einmal grob draufschrauben. Das reicht normalerweise auch. Und wenn dich hier außen dieser weiße Rand von der Dichtung jetzt übrigens stört, dann könnten wir das Ganze auch noch etwas zuschneiden. Bei mir ist dieser Rand aber wirklich so minimal. Das lasse ich auf jeden Fall stehen, weswegen ich meine Reinigungsklappe auch wieder einbauen kann. Hierfür drücke ich am besten mal die Flügelmutter etwas gegen meine Reinigungsklappe, denn dann ist die Halterung hinten auch etwas mehr offen. Kann die Reinigungsklappe auch schon reingeben. Schaue, dass meine Halterung natürlich auch reingeht. Und dann schaue ich auch mal, dass ich natürlich alles noch sauber ausrichte. Bei mir würde ich sagen, so schaut es auf jeden Fall gut aus, weswegen ich jetzt meine Flügelmutter auch schon im Uhrzeigersinn wieder zudrehen kann. Zum Schluss gerne auch wieder unsere Zange zur Hand nehmen, das Ganze noch mit Gefühl etwas fester drehen. Und somit haben wir dann auch schon die Dichtung von unserer Reinigungsklappe richtig gewechselt. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens einen Aschesauger oder auch eine beziehungsweise mehrere solche Dichtungen hier zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen und auch weiter geholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.